Hiho und willkommen zurück, meine lieben Freunde, der Zauberer-Zumpf zu Battlemages. Sign of Darkness. Ja, ich hab mich im Internet mal schlauer gemacht und... Wie ihr sehen könnt, sind wir wieder an einer anderen Stelle, als wir das letzte Mal aufgehört haben. Nämlich wieder hier am Friedhof der Paladine. Weil ich alles nochmal machen durfte. Weil es wirklich ein Fehler war, das Menschendorf ohne dunkle Paladine und Blutruhne zu zerstören. Ja, deswegen alles nochmal von vorne. Die meisten Aufträge habe ich auch wieder geschafft. Hab sogar geschafft, dieses Mal... Erstens mir keine Feinde zu machen. Weil wirklich, wenn ich Horol irgendwo in die Stadt schicke, sind die anderen befeindet mit mir. Und die Stadt wird neutral. Ich hab's geschafft, den Naturknoten zu säubern, ohne einen Haufen Gegenstände drumherum zu verteilen, an die ich nicht mehr rankomme. Das Org-Lager ist zerstört. Die Paladine, die mit einem Weg waren, sind zerstört. Ich hab unsere schwarzen, unsere dunklen Krieger. Mirasor, der schlug mirasor. Mirasor, der schlug mirasor. Mirasor, der schlug mirasor. Wir diesmal alles an Rohstoffen und so losgeworden. Wir haben Geld. Uns fehlen nur noch ein paar Erfahrungspunkte für die nächste Stufe. 1200. Ne, noch einen Punkt in Diplomatie brauche ich nicht unbedingt. In erster Linie magische Kräfte. Werde ich wahrscheinlich als nächstes das steigern. Einfach damit wir die beiden Sachen noch mehr pumpen können. Und dann halt wissen als nächstes. Wir kriegen dann nämlich noch einen Zauberslot. Und alles ist schön. Und gut. Ich kann hier nochmal Skelette mir holen. Wenn wir schon hier sind. Ja, mit dem Menschendorf bin ich immer noch befeindet. So, meine Armee der lebenden Toten steht bereit. Ich habe das Wolfslager auseinandergenommen. Ich habe die Paladine, die mir auf den Sack sind, auseinandergenommen. Also die, die uns das letzte Mal auf den Sack gegangen sind. Ich habe die Sache mit Dragobor erledigt. Auch wenn das irgendwie komisch mit dem Triggern war, bis ich das mal hingekriegt habe. Aber ja. Wir haben eine starke Armee. Ich kann nicht rausschmeißen. Ihr seid nämlich eh noch schwache Skelette. Ja, mächtige und gefeuerte Krieger der Vergangenheit, die durch schwarze Magie in den Krimeln stiegen. Diese mächtigen Untoten hassen Paladin und sie können ihnen in ihrer Wut großen Schaden zufügen. Halbverwäste, leichte. Das schwächste Soldat in der Armee der Untoten. Ja, habe ich nicht noch einen Goblin-Skillett irgendwo gehabt? Hatte ich aber, ist wieder weg. Okay. Okay. Und ja, auch wenn es nicht 100% gleich ist, ist das hier eigentlich die Map, wo wir eben Vorgänger das erste Mal Gartok besiegt haben. Also Gartoks Festung hier oben, nur dass sie halt eine Ruine jetzt ist. So, dann mal gucken, ob wir es dieses Mal hinkriegen mit dem Dorf. Ach ja, stimmt, hier hinten das Secret, das hatte ich vergessen. Das ist das Dorf, das ich meine, lass uns zuerst die Wachen töten. Ja. Mich kann ich wieder auflösen. Und ja, Gartok hat immer noch das Gegengift, das kann ich jetzt auch noch schnell versuchen abzugeben. So, die Wachen sind tot. Das finde ich jetzt nicht toll. Hättet ihr die ausrüsten müssen? Wie soll ich das? Wie soll ich das? Wie soll ich das? Wie soll ich das? Ah! Fischblöde! Geh zu den Landschaften der Menschen. Sei schweig und schweig. So Tod und Destruktion unter dem Weil der Schmerzen. Ja. Diese Lycanthropen übersteigen meine künstleren Erwartungen. Wer die Gülle nicht eingreift, wird sich die Plage im ganzen Land verbreiten. Was sollen wir jetzt tun, Herr? Was sollen wir jetzt tun, Herr? Ich muss diesem verfluchten Magier, der mich in diese Welt geholt hat, einen Besuch abstatten. Ja. Was macht die Lycanthropen so aufgeregt? Sie müssen einen anderen haupten Begriff gefunden haben. Warum sind die Lycanthropen so aufgeregt? Sie müssen ein neues Opfer gefunden haben. Meine kleine Päte haben eine Elfenpatrouille in der Forst. Ich sehe eine Royalty zwischen ihnen. Ich kann nicht meinen Glück glauben. Ich komme, dich zu retten. Ich komme, dich zu retten. Ich bin bereit. Ich weiß, wie ich das hier bin. Ich bin bereit. Ich hole dich zur Hölle. Ich bin bereit. Ich bin bereit! Gut, ich töte jetzt gerade mal einen Lykatropen mit Elfen. Und ja, da ist Targion. Es ist wichtig, dass Targion nicht stirbt. Okay. Hauptmenü, wo war unser letzter Quicksave? Oder kriege ich hier einen Save? Ja, Gott sei Dank, ich kriege hier einen Save. Gut. Gut, 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 gut. Das kann ich überspringen. Wir sind die realen Masters. Sie wollen nicht weg. Ich weiß, ich weiß, das Ort. Let's move. Es ist wichtig, Gott, zu machen. Ich weiß, das Ort. Ich weiß, das Ort. Schieß mal bitte auf die Lykatropen der Targion belagert. Das wäre nett. So, diesmal klappt es besser. Oh, Gott. Gut. Mage, who has devoted his life to demon hunting, and so I cherish my anonymity, dear lady. Escort me to my mother, the Queen. She will reward your noble deed, mage. What are your orders, master? It's too dangerous for you to follow me to the Queen's residence. I have a task of great import. Find and kill Zoragon, the mage who summoned me to this world. Exact a brutal revenge for me. Yes, my lord. So, damit haben wir die Mission auch endlich mal geschafft und können fortfahren. Gastfreundschaft der Elfen. Sie gewann das Vertrauen der Elfenkönigin, als er das Leben ihrer Tochter rettete. Mit einem so mächtigen Verbündeten konnte er die Welt übernehmen. Yeah. Name yourself Brave Madge. I want to know who to thank for my daughter's rescue. Does it matter, milady? I don't seek fame. Call me the Demon Hunter, if you like. I am an outcast among my fellows. The Imperial Guild declared me an outlaw. If truth be told, I uncovered a closely guarded guild secret. Some of its members experiment with dark magic and would rather this remain unknown. The guild mages are pursuing me. They don't want the truth about their dark activities known. I've never thought highly of humans. This just confirms their belligerent nature. The brevity of their lives makes them tempt death. Name your reward for saving my daughter. Gold? Gems? It's your choice. It's very generous of you, Majesty. But a wandering mage doesn't care about gold or gems. May I stay in the safety of your beautiful forest a while and contemplate my future? Your modesty does you credit. I can offer a tower that hasn't been used for years. My enchanters have no need to confine themselves within stone walls as human mages do. My servants will prepare the tower. Make yourself comfortable and stay as long as you like. Ja, und so sind wir bei den Elfen gelandet. The Queen ordered us to protect you. Even our forests are not safe these days. Would you like to explore our lands? No other human has ever been granted the honor. There is a town nearby. Let's go there and you'll see the way we live. We'll see you next week. Let's go to the house of the sky. Let's go to the house of the 3rd and 7th. We'll get to the house of the place. Vielen Dank.